So, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserem öffentlichen Fachgespräch Ocean Governance Schutz der Weltmeere. Ein hochspannendes Thema. Kolleginnen und Kollegen, die ich vorhin schon begrüßt habe, begrüße ich gerne noch mal die Verbliebenen, die an dem Thema hier arbeiten oder interessiert sind. Ich begrüße Herrn Staatssekretär Pronold für die Bundesregierung und ich begrüße natürlich vor allem unsere Gäste, unsere Sachverständigen, Herrn Genrich vom Auswärtigen Amt, Herrn Unger vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, Herrn Mark von Greenpeace in Stellvertretung für Frau Dr. Schöttner, die leider erkrankt ist, womit wir wieder ein Männerpanel haben, aber das halten wir jetzt aus, und Herrn Lutten von Sudco Recycling Technik GmbH. Herzlich willkommen, Sie alle, und ich bin sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Ein paar angemeine Anmerkungen, auch für unsere Gäste auf der Tribüne, das Fotografieren, Filmen und auch Mitschnitte sind nicht erlaubt. Die sind der akkreditierten Presse und Personen mit besonderer Erlaubnis vorbehalten. Es gibt eine Fernsehübertragung des Fachgesprächs live im Internet auf Kanal 2. Und wir machen üblicherweise ein Wortprotokoll. Das heißt, es wird digital aufgezeichnet. Statements, Diskussionen und PowerPoint-Präsentationen sind dann über das Internet zugänglich. Gibt es Widerspruch zu dem Wortprotokoll? Das sehe ich nicht. Also haben wir das so beschlossen. Und jetzt vor allem für Sie, Herren Sachverständige, der Ablauf hier, wie er üblicherweise stattfindet. Sie haben jetzt zuerst ein Statement von jeweils drei Minuten kurz. Das ist das harte Brot von Abgeordneten im Plenum auch meistens. Also vor allem die von der Opposition haben auch selten mehr Zeit. Aber dann gibt es die Frage- und Antwortrunden. Und die erhalten jeweils fünf Minuten. Da ist die Frage allerdings inkludiert. Das heißt, der, die Abgeordnete, der oder die die Frage an einen oder mehrere von Ihnen stellt, entscheidet selbst, wie viel Zeit Sie für die Antwort haben. Insgesamt beträgt das Budget, wie gesagt, fünf Minuten. Und damit das alles auch sichtbar ist, läuft hier eine Uhr ab, sodass Sie sich da auch orientieren können. So, und damit können wir ins Thema einsteigen. Weltmeere, Weltmeere in der Krise, wie wir alle wissen. Stichworte sind Überfischung, Klimawandel, Artenschwund, Verschmutzung durch Plastik, Nährstoffe, Öl, Chemikalien, Tiefsee, Bergbau. Nicht umsonst ist eines der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2013 der SDGs das Nachhaltigkeitsziel für die Meere und Küsten. Das ist das SDG 14. Die Hohe See, die fast zwei Drittel der Ozeane ausmacht, liegt außerhalb der Zuständigkeiten der Staaten und wird durch internationale Abkommen bisher kaum geschützt. Nach mehr als zehn Jahren kontroverser Debatten haben die Vereinten Nationen im Rahmen einer zwischenstaatlichen Konferenz im letzten Jahr die Verhandlungen über ein neues Abkommen zum Schutz der Hohen See begonnen. Bis zum Jahr 2020 will man sich auf international verbindliche Regelungen einigen. Darüber wollen wir heute reden und Sie vor allem dazu hören und natürlich auch, was die Rolle Deutschlands dabei sein soll und sein kann. Und damit gebe ich Ihnen, Herr Genrich, das erste Wort für Ihr Statement. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Mein Name ist Guido Genrich, bin stellvertretender Referatsleiter für besondere Völkerrechtsgebiete im Auswärtigen Amt, darunter auch Seevölkerrecht. Und leite in dieser Eigenschaft auch seit 2016 die deutsche Delegation in den Regierungsverhandlungen in den Vereinten Nationen zu dem von Ihnen erwähnten geplanten UNCLOS-Durchführungsübereinkommen für den Schutz der Hohen See jenseits der nationalen Hoheitsbereiche, kurz auch Biodiversity Beyond National Jurisdiction, BBNJ. Vielen Dank zunächst für die Gelegenheit, hier heute auch aus seevölkerrechtlicher Perspektive Ihnen vorzutragen. Einladen vielleicht der Hinweis, dass schon 1982 bei Verabschiedung des VN-Seerechtsübereinkommens UNCLOS der Meeresnaturschutz ein sehr aktuelles und auch ein zentrales Thema in der Konvention war. UNCLOS hat hier als Rahmenkonvention den Weg in die Zukunft gewiesen, vor allem mit drei Elementen. Erstens mit einem umfassenden Begriff von Meeresverschmutzung und zwar auch vom Land und aus der Luft. Zweitens mit einer Pflicht aller Staaten zum Schutz aller Meeresgebiete, das heißt innerhalb und außerhalb nationaler Hoheitsgebiete. Und drittens vor allem mit zahlreichen Vorgaben zur internationalen Zusammenarbeit oder sogar zur Gründung von internationalen spezifischen Organisationen, um ausführende Standards oder auch konkrete Maßnahmen je nach Meeresnutzung oder verschiedenen Schutzbedarf ins Werk zu setzen. Und daraus entstand bis heute auf globaler und regionaler Ebene ein dichtes Geflecht von Instrumenten und Organisationen, die sich jedoch jeweils auf bestimmte Schutzgüter oder bestimmte Verschmutzungsarten oder auf bestimmte Meeresgebiete beschränken. Und wenn man einen Eindruck von der nächsten Generation von globaler Meeresgovernance gewinnen will, dann ist durchaus ein Blick auf diesen laufenden Verhandlungsprozess in New York sinnvoll. Die EU und ihre Mitgliedstaaten, darunter eben auch Deutschland, streben dort für den Bereich der Hohen See vor allen Dingen Folgendes an. Erstens moderne Umweltrechtsprinzipien wie Vorsorge und Ökosystem im Seerecht festigen. Zweitens sektorübergreifende Kooperationen und Koordinierungen herstellen und zwar auch erstmals dezidiert global zwischen verschiedenen Organisationen der einzelnen Nutzungssektoren. Drittens Standards und Verfahren für moderne Instrumente auf globaler Ebene einführen und zwar wissenschaftsbasierte Meeresschutzgebiete, marine Raumplanung und sogenannte kumulative Umweltverträglichkeitsprüfungen. Und viertens den Informationsaustausch in der Wissenschaft die Meeresforschung zu Biodiversität, aber auch zu Marien-Gen-Ressourcen fördern und schließlich Kapazitätsaufbau zugunsten von bedürftigen Staaten der Vereinten Nationen erleichtern. Allerdings die praktischen Ausführungsdetails und die Konsensfindung innerhalb der Staatengemeinschaft bleiben anspruchsvoll. Und damit sind die BB&J-Verhandlungen auch ein Testfall, wie weit die multilaterale Problemlösungsbereitschaft unter dem Schirm des VN-Seerechtsübereinkommens heute reicht. Bis dahin zunächst vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Statement. Herr Unger, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Der Ozean steckt in einer tiefen Krise. Die Hälfte ist bereits stark beeinträchtigt. Doch ohne intakte Weltmeere wird es kaum möglich sein, nachhaltige Entwicklung auf unserem Planeten zu erreichen. Zur Lösung dieser Krise bedarf es jetzt einer umfassenden Stärkung der internationalen Meeresgovernance, also der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir international kooperieren beim Schutz und der nachhaltigen Nutzung der Meere. Deutschland engagiert sich hier bereits aktiv, sollte aber jetzt eine noch führendere Rolle in diesem Bereich übernehmen. Und hierzu möchte ich kurz drei wesentliche Möglichkeiten skizzieren. Das ist zum einen das Nachhaltigkeitsziel 14. Sie sprachen es an, Frau Kotting-Uhl. Es wurde 215 vereinbart und wir haben damit einen international vereinbarten Fahrplan für den Erhalt der Meere. Vier der insgesamt zehn Unterziele von SDG 14 werden bereits nächstes Jahr fällig und leider mit aller größter Wahrscheinlichkeit weit verfehlt. Das heißt, wir müssen jetzt in der Phase nach 2020 daran arbeiten, wie wir einen verlässlicheren Umsetzungsrahmen hinbekommen. Ich sage das auch mit Bezug auf die Glaubwürdigkeit der 2030-Agenda insgesamt. Wie beim Klimaregime sollte dazu auch gehören, eine Art transparentes Register, an das Staaten, Maßnahmen und Zusagen berichten, das Ganze auch überprüfbar machen. Der zweite wesentliche Punkt, Herr Gendrich hat es schon angesprochen, ist der Schutz der Hohen See. Wir haben hier bereits die Hälfte der Erdoberfläche, wo keine verbindlichen Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise die Ausweisung von Meeresschutzgebieten möglich ist. Um ein wirksames Abkommen hinzubekommen, bedarf es jetzt aber auch, ein ganz wesentliches Problem zu lösen, nämlich die Zersplitterung der Zuständigkeiten in der Meeresgovernance. Fischerei, Schifffahrt, Meeresbergbau, aber auch der Meeresschutz werden durch einzelne UN-Organisationen verwaltet, die wenig bis kaum miteinander interagieren. Nicht nur in diesen Prozessen, auch bei den Klimaverhandlungen, bei G7, bei G20 stehen die Meere ganz oben auf der Agenda. Und um hier noch eine zielgerichtete Unterstützung Deutschlands zu ermöglichen, schlage ich vor, dass die Bundesregierung eine Ozeanstrategie entwickeln sollte, in der die unterschiedlichen Initiativen, Interessen aus den Bereichen der Meerespolitik, also Umwelt, Entwicklung, Außenpolitik, Klimapolitik zusammengeführt werden und besser miteinander abgestimmt werden. Wenn Sie mir noch mal erlauben, kurz zusammenzufassen, es wären also drei Punkte. Wir brauchen für SDG 14 einen verlässlichen Umsetzungsrahmen von 2020 bis 2030. Wir brauchen das rechtlich verbindliche Abkommen zum Schutz der Hohen See, und zwar eines, was integriert und diese unterschiedlichen Formen zusammenbringt. Und wir brauchen auch eigentlich eine eigene Ozeanstrategie, um uns hier noch besser aufeinander abzustimmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Unger. Herr Mark, bitte schön, Ihr Statement. Ich hoffe, die Präsentation geht jetzt gleich los. Ich habe Ihnen ein paar Bilder mitgebracht. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Möglichkeit, zu Ihnen zu sprechen. Ich spreche nicht nur in Vertretung von meiner hochgeschätzten Kollegin Dr. Sandra Schötzner, sondern vor allen Dingen auch für die NGO-Koalition High Seas Alliance. 41 Mitglieder sind dort organisiert, unter anderem IUCN, der Weltnaturschutzdachverband, die Pew-Stiftung und einige mehr. Es klang schon an, dass die Meere in einer historischen Krise sind. Ich habe ein paar Zahlen dabei. 70 % des arktischen Eises sind mittlerweile geschmolzen. Jährlich schmelzen 280 Milliarden Tonnen Eis in der Antarktis. Klimawandel-Effekte wie das Korallensterben, wie die Ozeanversauerung sind sicherlich hier Schlüsselworte, auf die ich nicht näher eingehen muss. Es klang gerade schon an, aus der Wissenschaft ist ein eindeutiges Signal, dass die Einrichtungen von großflächigen, konsequent geschützten Bereichen im Meer, sogenannte Schutzgebiete, die Lösung sind, nicht nur für den Wiederaufbau von den ausgedünnten Fischbeständen, sondern auch für den Wiederaufbau zerstörter Lebensräume, vor allen Dingen aber auch für die Erhöhung der Widerstandskraft der Ökosysteme gegen die Folgen des Klimawandels. Da geht es vor allen Dingen um den Schutz von sogenannten Kohlenstoffsenken, der Tiefsee, Mangrovenwälder, Seegraswiesen, Korallenriffe und so weiter. Es gibt internationale Verpflichtungen, bis 2020 10 % der Weltmeere unter Schutz zu stellen. IUCN, das Europaparlament und auch der Bundestag in einer Entschließung vom Juni des vergangenen Jahres ruft sogar danach, dass 30 % der Weltozeane bis 2030 unter Schutz gestellt werden sollen. Dieses Ziel findet unsere volle Unterstützung. Wenn man sich aber die Realität anschaut, dann stellt man fest, dass international ein bisschen mehr als 6 % unter Schutz gestellt sind. Unter konsequentem Schutz stehen weniger als 2 %. Und wenn man in den Bereich geht, der mehrfach anklang in dem Bereich der Hohen See, dann sind es weniger als 1 %, die tatsächlich unter konsequentem Schutz gestellt sind. Es gibt diesen Prozess der Vereinten Nationen, der Prozess, der hier als BB&J, also Biodiversity Beyond National Jurisdiction, bezeichnet würde. Wenn man sich die aktuellen Steuerungsmechanismen anschaut zum Schutz der Hohen See, dann, das sagt der Schaubild, das kann so nicht funktionieren. Das ist vollkommen fragmentiert. Wir haben komplette sektorale Nutzungssteuerung. Wir haben zum Beispiel die Tiefsee-Bodenbehörde. Wir haben nicht weniger als 17 regionale Fischerei-Management-Organisationen. Wir haben die Internationale Maritime Organisation und assoziierte Instrumente wie die Internationale Wahlfangkommission, die Kommission zum Schutz der lebenden Ressourcen der antarktischen Meere. Das kann so nicht gehen. Deswegen ist unsere Forderung vergleichbar mit dem, was gerade anklang von Herrn Unger. Wir brauchen ein globales Regime für internationale Gewässer, die die sektoralen, fragmentierten Politiken zusammenführt. Dabei sollen die existierenden regionalen Instrumente nicht etwa unterlaufen werden, sondern im Gegenteil. Sie sollen unterstützt und gestärkt werden. Ein Netzwerk von Schutzgebieten soll entstehen und das Ganze braucht einen soliden institutionellen Rahmen, rechtsverbindlich, um Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Herr Mark. Herr Ludden, Sie haben drei Minuten. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet und zwar mein Thema ist Reduzierung der Meeresvermüllung durch angepasste Kreislaufwirtschaftssysteme an Land. Und ich wollte, weil ich glaube, dass das ein Ansatz ist. Ich bin, ich fliege viel durch die Welt und was ich da mache, das würde ich Ihnen kurz vorstellen. Also mein Name ist Michael Ludden. Ich bin Inhaber der LM Group, Geschäftsführer der Sudco Recycling Technik. Außerdem bin ich stellvertretender Vorsitzender des Fachverbands Abfall und Recycling Technik. Ich bin Vorstandsmitglied in der German ReTech Partnership. Das ist die Exportinitiative, die mal von Herrn Gabriel gegründet wurde. Und ich bin Leiter des AK Hausmüll. Sie sehen also schon von der Agenda her, dass ich mich sehr stark um Abfallwirtschaft kümmere beziehungsweise um Sortieranlagen. Was ist nämlich mein Tagesgeschäft? Als Geschäftsführer der Sudco Baueich bauen wir Sortieranlagen. Wir sind 500 Leute, wir machen so 100 Millionen Umsatz im Jahr in der Gruppe und Sortieranlagen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben weltweit. Mechanisch-biologische Aufbereitungsanlagen, Waste-to-Energy, also RDF-Anlagen, Aufbereitungsanlagen für Ersatzbrennstoffe, Verpackungsabfälle. Einfach nur ein paar Bilder, damit Sie sehen, worum es geht. Und die Frage ist, was kann Abfallwirtschaft beitragen? Und wir wissen, oder der Eintrag in die Flüsse wird eben, oder können wir reduzieren durch mehr Recycling von Folie und Leichtverpackung, weil das ist das, was in die Weltmeere gelangt. Und dann ist die Frage, warum passiert das denn nicht? Weil wir in Deutschland haben ein Verpackungsgesetz, Leichtverpackungen werden sortiert, werden aufbereitet und das liegt daran, dass einzelne Wertstoffströme im Ausland, wir reden nicht über Deutschland, wir reden über im Ausland, zum Beispiel Eisen und Nicht-Eisen, Papier, gewisse Hartkunststoffe, die PET-Flaschen, die werden Recycling, weil man damit gerade auch im informellen Sektor und wenn wir da in die Länder gucken, da kann man Geld mitverdienen. Also für einzelne Wertstoffströme gibt es eine Wirtschaftlichkeit. Aber wenn man auf 100% des Hausmülls schaut und dann eine Sortieranlage baut oder eine Aufbereitungsanlage mit einer biologischen Behandlung oder ohne, dann ist diese Anlagen an sich, dort gibt es kein wirtschaftliches Konzept. Es muss dort einen Zuschuss geben, es muss eine Steuer, eine Gebühr, irgendwas muss kommen, damit sich so ein System rechnet. Und das ist genau der Grund, warum diese leichten Folien zum Beispiel, warum dort nichts mit passiert. Und dann geht es also um diese Reste, also das, was sich nicht wirtschaftlich lohnt und die sollten möglichst deponiert oder verbrannt werden. So und dann reden wir darüber, was können wir tun? Folien, Kunststoffe sollen nicht in die Meere. Ja, die großen Städte an den Ufern der Flüsse und Meere brauchen angepasste Kreislaufwirtschaftssysteme. Das ist mein Statement. Das ist das, wo ich mich auskenne. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie mich dazu, wenn Sie da weitere Fragen haben und freue mich auf die Diskussion. Dankeschön. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Lutten. Und damit kommen wir in die erste Fragerunde. Und es beginnt Frau Dammerow und Ihre Frage geht an Herrn Unger. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Erst einmal an unsere Gäste ebenfalls herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Es ist ja nun ein mehr als weites Feld. Ich möchte mich jetzt in dieser ersten Runde ganz gerne einmal mit dem Thema Tiefseebergbau noch einmal beschäftigen. Herr Unger, Sie hatten in Ihrem Statement vorab darauf hingewiesen, dass man sich ja nun auch mal die Frage stellen muss, ob das internationale Seerechtsübereinkommen überhaupt noch einen ausreichenden Rahmen bietet, um hier zu weiteren Regelungen im Tiefseebergbau zu kommen, weil wir eben einfach heute viel weiterführende Erkenntnisse haben. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie das noch mal ein Stück ausführlicher uns darlegen könnten, vor allem eben auch vor dem Hintergrund der Frage natürlich auch Klimawandel, Energie, Gewinnung aus der Tiefsee. Danke. Herzlichen Dank, Frau Dammerow, für diese Frage. Vielleicht zunächst erst einmal möchte ich eine Lanze brechen für das Seerechtsübereinkommen. Die enthält nämlich einen ganz wunderbaren Passus, dass nämlich diese Gebiete jenseits nationaler Hoheit und insbesondere dort die mineralischen Ressourcen, und darum geht es ja in Ihrer Frage, das gemeinsame Erbe der Menschheit ist. Und das ist nicht einfach ein dahergesagtes Prinzip, sondern das ist wirklich rechtlich verankert, verbindlich im Seerechtsübereinkommen festgelegt, dass diese Ressourcen zum gemeinsamen Nutzen der Menschheit insgesamt zu verwenden ist. Nun ist das Seerechtsübereinkommen 40 Jahre alt, das heißt, wir müssen auch schauen, wie das Seerechtsübereinkommen zu interpretieren ist im Blick von modernen internationalen Abkommen, wie beispielsweise der 2030-Agenda, wie beispielsweise dem Abkommen über die biologische Vielfalt und insbesondere auch, und darauf möchte ich jetzt hinauskommen, auf die Verhandlungen, die wir führen zum Schutz der Hohen See. Was wirklich problematisch wäre, ist, wenn wir jetzt so eine Art Wettrennen bekommen, kriegen wir schneller den Tiefseebergbau geregelt. Und da wird zurzeit in der internationalen Seebodenbehörde, das ist so eine UN-Agentur, die dafür verantwortlich ist, mit Sitz auf Jamaika in Kingston. Und dort wird zurzeit an dem Mining Code, also an den Regeln für den Abbau mineralischer Ressourcen, hier insbesondere über Manganknollen, gearbeitet. Was problematisch jetzt ist, wir sprachen über die Fragmentierung, dass diese unterschiedlichen Institutionen nicht miteinander interagieren, wenn wir sozusagen hier eine Art Konkurrenzsituation bekommen. Das sage ich auch vor dem Hintergrund, dass wir sehr wenig über diese Gebiete wissen. Erst 5% des Meeresboden sind kartografiert. Es ist mit jeder Fahrt, die dort von unseren, gerade in Deutschland, sehr starken Meeresforschung betrieben wird, werden neue, wirklich verrückte Erkenntnisse zum Teil gewonnen. Und es ist jetzt also eigentlich die Frage, kann man in diese Aktivität einsteigen oder sollte man zumindest so lange warten, bis man diesen Raum wirklich verstanden hat. Und dazu hat beispielsweise das Europaparlament letztes Jahr eine Resolution gemacht, die zumindest sagen, dass ein Moratorium für den Tiefseebergbau stattfinden sollte, bis das ausreichende Wissen vorhanden ist. Ähnlich hat auch der UN-Sondergesandte für die Meere, Botschafter Peter Thomsen, zuletzt in Davos argumentiert und gesagt, dass wir die jetzt anstehende UN-Dekade für die Meere nutzen sollten, um hier erst mal rauszufinden, worum geht es, was sind die Risiken und wie sind diese Räume zu schützen. Dankeschön. Wollen Sie noch eine Nachfrage stellen? Ist gut. Dann hat die nächste Frage Herr Schwabe von der SPD an Herrn Genrich. Ja, auch unsererseits herzlichen Dank an die Sachverständigen. Die Rolle Deutschlands wird ja allgemein, wenn ich das richtig sehe, auch aus der Zivilgesellschaft sehr positiv betrachtet. Und es gibt ja die Vorstellung, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Herrn Unger und Herrn Mark, dass wir stärkere Mechanismen brauchen, auch als Ergebnis jetzt der internationalen Verhandlungen. Und irgendwo habe ich gelesen, was von Anna Kopp zu sagen. Und ich kenne das Ganze ganz gut im Bereich des Klimaschutzes. Und würde Sie, Herr Genrich, nach einer Einschätzung fragen, wo sind eigentlich progressive Partner und wo, man hat vielleicht Ideen, oder vielleicht sagt man es nochmal, wer sind Akteure, die eher schwieriger sind auf internationalem Parkett? Wo gibt es Akteure, wo wir gemeinsam versuchen zu agieren, ähnliche Vorstellungen zu entwickeln und diese Vorstellung, einen Mechanismus zu schaffen, der am Ende eine Verbindlichkeit auch bringt in dem, was man am Ende plätscht oder sowas. Also im Rahmen einer Kopp, wie realistisch ist denn sowas? Oder sagen Sie, da muss man aufpassen, noch 37 Kops und so, kann der Erstaatmechanismus gar nicht verpacken? Oder sagen Sie, nein, das ist schon ein realistischer Weg und das ist eine der Optionen auch jetzt für einen erfolgreichen Abschluss der Konferenz. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich sehe vor allen Dingen zwei Fragekomplexe. Einmal, wo stehen wir mit Partnern oder wo sind auch vielleicht unter anderer Meinung in der Staatengemeinschaft vorhanden? Und Ihre zweite Frage, wie realistisch ist vor allen Dingen ein globaler, verbindlicher Mechanismus, verkörpert auch durch eine neue Vertragsstaatenkonferenz an einer jährlichen Tagung Kopp. Fangen wir vielleicht mit der zweiten Frage an. Die Verhandlungen in New York folgen einem relativ ausgiebigen Mandat der VN-Generalversammlung. Das war schon im letzten Jahrzehnt so, als die Arbeitsgruppe getagt hat zur Vorbereitung dieser Staatenkonferenz. Das war schon in den zwei Jahren von 2015 bis 2017 so, als der Vorbereitungsausschuss, also die Vorverhandlung getagt hat. Und wir befinden uns jetzt erstmals in echten Regierungsverhandlungen über ein rechtsverbindliches neuen völkerrechtlichen Vertrag, der ein Durchführungsübereinkommen unter dem VN-Seerechtsübereinkommen werden soll. Das ist auch kein Novum. Es gibt bereits ein Fischerei-Durchführungsübereinkommen für Fische, die in verschiedenen Meereszonen unterwegs sind, salopp formuliert. Das ist ein gängiges Mittel, auch um die Seerechtskonvention auszufüllen, durch bereichspezifische Standards, durch Mechanismen. Und ich greife insbesondere Ihr Hinweis auf das Wort Mechanismen auf. Aus meiner Sicht ist das, was wir günstigstenfalls in New York auch dann rechtsverbindlich vereinbaren können, nicht so sehr eine Wiederholung von schon bestehenden völkerrechtlichen Vorgaben, die wir schon in der Konvention haben. Sondern es geht vor allen Dingen darum, diese Vorgaben konkret auch für die Praxis in den verschiedenen Sektoren und auch sektorübergreifend auszufüllen. Und vor allen Dingen diese Kooperations- oder man könnte es auch kollaborative Mechanismen in der Tat herzustellen. Und wir haben ja ein sehr breites Verhandlungspaket. Es geht nicht nur um gebietsbezogene Schutzmaßnahmen, um mehrere Schutzgebiete. Es geht nicht nur um Umweltverträglichkeitsprüfungen, die übrigens im Seerechtsübereinkommen so auch vorgegeben sind, sondern es geht auch um Kapazitätsförderung und Technologietransfer. Und es geht auch um das Thema, was 2011 von der Generalversammlung mit in das Paket hineingenommen wurde, der die maringenetischen Ressourcen einschließlich Fragen möglichen Vorteilsausgleichs. Das ist ein großes Paket. Und um Ihre erste Frage abzuschließen, Ziel ist also ein Vertrag. Und obwohl wir noch nicht on Detail über das institutionelle System gesprochen haben, weil wir erst mal auch das EU-Ziel und das deutsche Ziel ist, erst mal sich über die Kernaufgaben und die Funktionen zur Verständigung dann zu sehen, dafür brauchen wir diese und diese und diese Vertragsstrukturen zukünftig, bin ich relativ sicher, dass wenn ein solcher Vertrag zustande kommt, das ist das Ziel der EU und der Mitgliedstaaten, dass wir eine Vertragsstaatenkonferenz haben werden, dass diese Vertragsstaatenkonferenz mindestens eine jährliche Überwachung, eine politische Steuerung vornimmt. Und dieser Prozess, diese Verhandlungen sind sehr öffentlich. Sie können alles nachlesen, was die EU dort bisher sehr detailliert vorgelegt hat, wenn Sie auf die Website der Vereinten Nationen gehen zu diesem Verhandlungsprozess. Und da werden Sie feststellen, dass das EU-Modell davon ausgeht, dass diese Vertragsstaatenkonvention sogar operativ, verbindlich, beispielsweise die Meeresschutzgebiete designiert. Nach einer umfassenden, sektorübergreifenden Konsultation und dann die Aufträge für die Umsetzung möglichst an die jeweils fachspezifischen Organisationen, wo es die gibt, wo sie relevant sind, rausgibt oder eben selbst für eine Management-Umsetzung sorgt. So viel zu Ihrer ersten Frage. Zur zweiten Frage. Die müssen Sie jetzt bitte kurz halten. Ja, wir sind als EU immer Schrittmacher gewesen in diesem Prozess. Das Hauptziel sind Meeresschutzgebiete und Standards für Umweltverträglichkeitsprüfung. Wir haben auf der anderen Seite einen großen Kreis, den man kurz umreißen kann mit der G77-Gruppe, die Entwicklungsstaaten, die vorrangiges Interesse an dem anderen Bereich des Verhandlungspakets haben, an Vorteilsausgleich zu Marien-Gen-Ressourcen und an Kapazitätsaufbau, stellenweise auch ausdrücklich über die Seerechtskonvention hinausgehen. Und wir haben einen dritten Kreis, der eigentlich den Mehrwert bis heute eines neuen Durchführungsübereinkommens bezweifelt und sagt, die bestehenden Regelungen der Seerechtskonvention reichen aus. Wir können aber besser werden bei regionaler Standardsetzung und unserer regionalen Seeorganisationen oder Fischereimanagement-Organisationen besser untereinander vielleicht vernetzen. Und insofern haben Sie drei Gruppen, die Sie zusammenführen müssen in diesem Verhandlungsprozess. Und wir stehen eigentlich dort in einer auch taktisch erst mal Schrittmacherrolle, die die EU und die Deutschland eigentlich auch weiter ausführen möchten. Dankeschön. Herr Genrich, Sie bleiben weiter im Gespräch. Würde Sie nur bitten, mal einen Blick auf die Uhr zu werfen zwischendurch. Herr Kraft von der AfD hat eine Frage an Sie. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Genrich, die Diskussionssituation kommt mir vor wie ein wohlmeinender Bürger, der seinen Müll ordensgemäß trennt, sich im Supermarkt ständig Gedanken darüber macht, welche Verpackungen er nach Hause bringt und dann aber jeden Morgen feststellt, dass seine Nachbarn den Müll über den Zaun geschmissen haben und der dann bei sich wieder nachfragt, was er denn jetzt noch mehr tun kann, um für Sauberkeit in seinem eigenen Haus zu machen. Was für Mechanismen haben wir denn tatsächlich wirklich an der Hand, die nicht zu reinen Geldzahlungen an die Nachbarn verkommen, dass die ihr Müll vielleicht behalten? Können Sie etwas Konkretes darauf antworten? Also über Geld wird im Moment in den Verhandlungen noch nicht gesprochen. Es wird, wie gesagt, auch noch relativ wenig über die tatsächlichen Vertragsstrukturen, die wir benötigen, gesprochen, sondern es geht erst mal darum, Lehren zu ziehen, wie wir mit modernen Ansätzen das bestehende Seerechtsübereinkommen umsetzen können. Und dabei ist der Punkt, der schon genannt wurde, sehr wichtig, sektorübergreifende Kooperationen. Dabei ist sehr wichtig, auch Transparenz herzustellen. Wir leben ja in einem Zeitalter, und das sehen Sie auch an der Transparenz dieser Verhandlungen, in dem das, was tatsächlich passiert zum Meeresschutz, für jeden nachlesbar und nachprüfbar ist. Da geht es auch sehr stark darum, die Wissenschaft, die wissenschaftliche Erkenntnis über die hohe See und den Tiefseeboden stärker zugrunde zu legen und zu berücksichtigen und zu fördern und nicht abzuwürgen, auch durch künftige administrative Auflagen. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, hat nichts mit hin und her Schmeißen von Müll oder Belastung zu tun, sondern das ist eigentlich ein klassischer Prozess. Ich habe das vorhin schon erwähnt, es ist auch nicht das erste Durchführungsübereinkommen, es ist ein klassisches Vorgehen der Vereinten Nationen, wie man bereichsspezifisch für einen bestimmten Problembedarf, den man erkannt hat, hier im Meeresnaturschutz, diese Rahmenkonvention versucht auszufüllen. Wollen Sie noch etwas nachfragen, Herr Kraft? Gut, Dankeschön. Dann stellt die nächste Frage Frau Skodellny für die FDP und sie geht an Herrn Ludden. Ja, vielen Dank. Plastikvermüllung bzw. Hausmüll im Meer ist eines der großen Probleme, die wir versuchen in den ganzen Jahren anzugehen. Und da wir niemals im Leben so viel rausholen können, egal mit welchen Methoden wir das auch versuchen, wie jährlich als Eintrag erfolgt, muss das Hauptziel, das wir haben, tatsächlich sein, die Einträge in die Meere zunächst einmal zu verhindern. Und ein ganz wichtiger Beitrag dazu ist eben, an Land zu versuchen, dass es überhaupt nicht dazu kommt, dass wir die Meere, die eine natürliche Almende sind, einfach zur Müllkippe verkommen lassen. Und von dem her fand ich es sehr interessant, dass Sie gesagt haben, dass wir angepasste Kreislaufwirtschaftssysteme brauchen. Und Sie versuchen ja auch Ihre Recyclinganlagen, gerade in asiatischen Räume, wo die meisten Einträge in die Meere erfolgen, in Klammer an den Mann zu bringen bzw. zu veräußern, dort auch in Zusammenarbeit mit den Regierungen. Mich würde interessieren, welche Herausforderungen sehen Sie da, wo die Probleme sind, warum gegebenenfalls dort diese Kreislaufwirtschaftssysteme nicht in dem Maße, wie sie beispielsweise in Deutschland, in anderen Ländern, in ganz Europa eigentlich existieren. Und was wir, wenn wir Verhandlungen führen zur Reinhaltung der Meere, was wir dort betonen müssen, damit wir künftig verhindern können, dass die Plastikeinträge im bisherigen Maße in die Meere weiter verbracht werden? Ja, danke, Frau Skudelny, für die Frage. Ich bin, wenn es um den Verkauf von solchen Anlagen geht, in Südostasien relativ erfolglos. Und ich frage mich schon seit einer ganzen Weile, woran das liegt. Und das ist die Wirtschaftlichkeit. Aber auch, und es gibt auch sehr viele, also die Wirtschaftlichkeit und es gibt sehr viele Henne-Ei-Probleme, die wir dort haben. Wenn ich also komme und sage, lass uns mal eine Sortieranlage bauen, dann geht es im Prinzip um den Organikanteil. Es geht um einen Teil Wertstoffe. Es geht um einen Teil Eisen, nicht Eisen. Und es geht um einen Teil Ersatzbrennstoffe, die man verwenden könnte. Und es geht um einen Teil Reste. Und gerade in dem Bereich Wertstoffe oder auch Ersatzbrennstoffe, da baut jemand nur eine Anlage, wenn er hinten raus auch den Absatz sieht. Also vorne eine Sortieranlage zu bauen, wo ich nicht weiß, was ich mit dem Output machen kann, dann passiert das nicht. Und die Abfallwirtschaft ist so organisiert, dass es vorne den gibt, der sortiert, sammelt, trennt. Das sind meine Anlagen. Und dann gibt es den, der ein Hardplastik, sagen wir mal HDPE, High Density Polyethylen, der das aufbereitet und da ein Rezyklat draus macht, was wieder eingesetzt werden kann. Und was dann auch Virgin Material, also neues Material aus Erdöl ersetzen kann. Und auch der, der hinten die Anlage, also diese zweite Stufe baut, die ist dem Grunde nach wirtschaftlich. Nur der baut keine Anlage, wenn er vorne nicht weiß, dass er mindestens drei Tonnen die Stunde für die nächsten zehn Jahre auch als Input zur Verfügung hat. Und der, der vorne die erste Stufe baut, der sagt, wenn ich den hinten nicht habe, der mir das Material abnimmt. Und dann kommen diese Henne-Ei-Themen da rein. Und es gibt eben auch diesen Bereich Reststoffe, wo wir zum Beispiel dünne Folien haben, die wir im Nahinfrarot-Bereich, und das ist das Hauptgerät, womit wir Kunststoffe erkennen können. Also wir analysieren das reflektierte Licht. Darüber kann ich ein HDPE erkennen. Aber dünne Folien reflektiert kein Licht. Das heißt, wir gucken da durch. Und wenn wir da durchgucken, sehen wir es nicht. Wenn wir es nicht sehen, können wir es nicht ausschließen. Und genau das Gleiche sind zum Beispiel schwarze Kunststoffe. Schwarz reflektiert kein Licht. Wenn nichts reflektiert wird, sehe ich es nicht. Wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht rausholen. Diese Bereiche sind also im Moment, die entziehen sich der Aufbereitung. Dann gibt es Bereiche Multilayer-Kunststoffe, also wo man irgendwelche Speerschichten einbaut. Die sind schwer zu recyceln. Wenn man das weiß, dann werden die ausgeschlossen aus dem Recycling. Das heißt, man tut sie in die Reste. In Deutschland wird es dann ordentlich verwertet. Im Ausland macht da keiner was mit. Wenn keiner da was mitmacht, dann landet ein Großteil davon in den Flüssen und dann haben wir den Eintrag in die Meere. Das heißt, genau an der Stelle, und wir wissen teilweise auch gerade im Ausland, wir kennen nicht die Multilayer, die dort in den Ländern sind. Wir haben keine Aufbereitungstechnologien dafür. Also dieser zweite Schritt, selbst wenn ich ihn in der ersten Stufe erkennen könnte und zur Verfügung stellen könnte, dann gibt es niemanden, der sagt, diesen Multilayer kann ich so aufbereiten, dass ich da ein Rezyklat für zur Verfügung stelle. Und das sind genau diese Themen, woran das dann im Ausland scheitert. Und an der Stelle sage ich, Abfallwirtschaft, auch mit den Effekten, die wir da mit dem Klimaschutz geben, da können wir sehr viel machen. Wir würden Ocean Governance, also die Reinhaltung der Meere, würden wir, wir würden aber auch sehr viel für den Klimaschutz tun. Und da gibt es verschiedenste Ansätze. Und da würde ich mir wünschen, dass man da an der Stelle mehr Druck macht. Dankeschön. Vielen Dank. So, jetzt kommt Herr Lenkert für Die Linke und er fragt Herrn Mark. Ja, vielen Dank für die Einführung. Herr Mark, die erste Frage, die ich hätte, wie würden Sie sich eine Struktur bei der UNO vorstellen können, wenn Sie eine Antwort darauf haben, was aus Ihrer Sicht eine effizientere Struktur wäre? Die zweite Frage wäre, wie bewerten Sie aus Sicht von Greenpeace und Ihrer Allianz die Rolle der EU und von der Bundesrepublik bei den Verhandlungen? Und dann würde ich noch, wenn Sie noch Zeit haben, die Frage stellen, wie sehen Sie es mit einer Vorbildwirkung der EU beziehungsweise der Bundesrepublik, insbesondere in Bezug auf Meeresschutzgebiete, Totalschutz in den Außenwirtschaftszonen? Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Lenkert. Wie stellt Greenpeace und die High Seas Alliance sich einen institutionellen Rahmen vor? Entscheidungs-, Überprüfungs- und Überwachungsfunktionen müssen eingeschlossen sein in einen solchen institutionellen Rahmen. Gerade klang schon mal an, es muss eine Conference of the Parties geben, und zwar jährlich, und das sehen wir genau. Es muss ein Sekretariat geben und einen wissenschaftstechnischen Ausschuss, der dafür Sorge trägt, dass Konformität dabei herrscht. Die Entscheidungsfindung auf Ebene dieser COP muss nicht nach dem Konsensprinzip aus unserer Sicht passieren, sondern über die qualifizierte Mehrheit. Wenn man sich die Diskussionen anschaut, die wir hatten bei der ersten Konferenz im September des vergangenen Jahres, wurde schnell klar, dass die Positionen unterschiedlicher nicht sein können. Auch Herr Genrich hat das gerade ansatzweise ausgeführt. Es braucht einen global verbindlichen Prozess für die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen. Und es braucht natürlich faire Regeln für den Zugang zu und die gerechte Aufteilung der Vorteile aus der Nutzung mariner genetischer Ressourcen. Vor allen Dingen brauchen wir aber auch, und das klang auch vorhin schon mal an, moderne Grundsätze der Meerespolitik. Das heißt, ökosystemarer Ansatz, Vorsorgeprinzip, Transparenz, Rechenschaftspflicht und so weiter. Was letztendlich gebraucht wird, und da gehe ich schon ein bisschen ein auf den zweiten Teil Ihrer Frage, wie ist die Rolle der EU und der Bundesregierung zu bewerten? Es ist tatsächlich so, dass die EU und auch die Bundesregierung eine Vorreiterrolle hat. In Nuancen lässt sich daran immer was machen. Ich spreche aus der Sicht einer Nichtregierungsorganisation wie Greenpeace. Aber es ist sicherlich so, dass das schon auf einem sehr guten Weg ist. Wichtig, und das ist noch mal herauszustellen, ist, dass Konsensentscheidungen auf dieser Ebene leider nicht funktionieren. Ich werfe einen Blick zurück in den November des vergangenen Jahres. Da ging es auf Ebene der Antarktiskommission um die Einrichtung des größten Meeresschutzgebietes der Welt. 25 Mitglieder sind in der Antarktiskommission organisiert. Deutschland hat den Vorschlag gemacht für das Weddellmeerschutzgebiet. Gescheitert ist die Einrichtung des Schutzgebietes am Widerstand von Russland, Norwegen und China. Und jetzt habe ich die drei genannt. Ich hatte vorhin gesprochen über großen Widerstand auch auf Ebene der Verhandlungen für dieses BB&J-Instrument. Die finden Sie auch ganz deutlich auf der anderen Seite der Straße sozusagen wieder. Wenn es um die Umsetzung von Schutzgebieten in den deutschen Hoheitsgewässern geht, namentlich der ausschließlichen Wirtschaftszone, dann ist ein Rechtsregime verantwortlich Natura 2000, basierend auf der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie. Und bereits 2007 hat Deutschland fast mehr als 30 Prozent seiner Nord- und Ostsee- ausschließlichen Wirtschaftszone als Natura 2000-Gebiete gemeldet. Heute, 2019, sind noch immer keine Maßnahmen zur Regulierung der Fischerei, dem schädigendsten Einflussfaktor auf das Marine-Ökosystem umgesetzt. Am vergangenen Mittwoch war im Umweltministerium hier in Berlin eine Anhörung der Umweltverbände. Es wurde dargelegt, wie die Fischereimaßnahmen in der Ostsee aussehen sollen. Dabei hat man sich ausschließlich auf Bodenschleppnetze kapriziert und hat die Stellnetze nicht mit berücksichtigt. Die sind hauptverantwortlich für den Beifang von Tausenden von tauchenden Seevögeln und von Hunderten von Schweinswalen, die in den eingerichteten Schutzgebieten nach wie vor beigefangen werden, in den Netzen ertrinken und Kollateralschäden der aktuellen Fischerei sind. Das wirft ungefähr ein Bild, wie die Umsetzungen in den nationalen Gewässern sind. Zuletzt sei gesagt, die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland angestrengt, eben wegen Nichtumsetzung der Natura 2000-Gebiete. Aber das ist regional-europäisch. Wir hoffen sehr, dass international auf Ebene der BB&J-Verhandlungen Deutschland bei diesem starken Verhandlungskonzept und Mandat bleibt. Vielen Dank, Herr Mark. Sie bleiben auch gleich dran. Frau Lemke von den Grünen fragt Sie und Herrn Unger. Ich möchte mich zunächst bei den Sachverständigen für die Vorabstellungen bedanken, wo sie die historische Krise der Meere noch mal beschreiben und mich auch beim Ausschuss insgesamt bedanken, dass wir dieses Fachgespräch heute durchführen, weil ich mir davon verspreche, dass es den Prozess, der zu einem solchen Abkommen auf internationaler Ebene führen kann, auch von Seiten des Parlaments doch befördern und unterstützen kann. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Die konkreten Fragen an Sie beiden, vielleicht können Sie sich aufeinander beziehen und ergänzen. Was sind die Haupthemmschuhe, die Sie gegenwärtig sehen als Widerstand gegen dieses Abkommen, was man ja vom gesunden Menschenverstand her unterstützen müsste, auch angesichts der Zersplitterung der gegenwärtigen Zuständigkeiten, die Sie, Herr Mack, hier noch mal dargelegt haben. Was sind die Haupthemmschuhe, was wären möglicherweise die Instrumente, um diese wegzunehmen und was wären auf der Zeitschiene die wichtigsten Milestones, über die Sie uns vielleicht hier auch noch mal informieren wollen, damit wir diesen Prozess weiter begleiten können? Vielen Dank, Frau Lemke, für diese Frage. Zunächst erst mal auf die Widerstände, auf die Sie hier abzielen. Es ist so, dass wir mit diesem neuen Abkommen einen wirklich neuen Ansatz für die Hohe See vereinbaren wollen. Es geht also wirklich darum, wegzukommen von dem bisher, ich sagte das in meinem Eingangsstatement auch, von diesem Ansatz, dass innerhalb von Sektoren, also die Fischerei wirklich nur die Fischerei reguliert, die Organisationen, die sich um den Tiefseebergbau kümmern, nur den Tiefseebergbau machen und so weiter. Und hier jetzt einen umfassenden und integrierten Ansatz hinzubekommen, das ist aus meiner Sicht die ganz zentrale Herausforderung und das ist auch der Kern für Widerstände von Ländern, beispielsweise die primär Fischerei Interessen haben auf der Hohen See, die natürlich auch argumentieren, es gibt, Herr Gendrich sprach das an, das UN Fish Stocks Agreement, unter dem Maßnahmen getroffen werden, um Auswirkungen der Fischerei zu regeln. Die Tiefseebergbauseite argumentiert ganz genauso. Die Umweltauswirkungen werden dort geregelt und so weiter. Und am Ende des Tages besteht natürlich schon auch das Risiko, dass wir hier ein Abkommen vereinbaren, in dem Meeresschutzgebiete ausgewiesen werden, die dann nicht gemanagt werden können, weil das Management innerhalb dieser anderen Sektororganisationen liegt. Und das ist wirklich die große Herausforderung. Das ist nicht einfach. Das ist auch verhandlungstechnisch nicht, wirklich nicht trivial. Aber hier sieht man genau die Widerstände von Ländern, die eben, wie gesagt, da ihre eigenen Interessen haben. Wie diese wegnehmen, das ist bis 2020 haben wir den Verhandlungsprozess jetzt erst mal so festgelegt. Das ist also nicht mehr viel Zeit. Man muss sehen, wie weit man dort kommt. Aber zeitgleich ist es aus meiner Sicht auch ganz zentral. Herr Mark hatte das kurz erwähnt. Es gibt bereits ja Institutionen, die auf der Hohen See auch nicht ausreichen, aber doch auch aktiv sind. Wir erwähnten die Fischerei. Es gibt aber auch Naturschutzorganisationen wie die OSPA-Kommission. Solche Instrumente müssen parallel gestärkt werden, um jetzt schon, sage ich mal, Fortschritte zu erzielen, aber auch, um dann später diese unterschiedlichen Sektoren mit einzubeziehen. Und da brauchst du einen cleveren Mechanismus in diesem Abkommen. Vielleicht soweit erst mal, Thilo. Ja, vielen Dank. Ich kann dem wirklich nur beipflichten. Vielleicht so ein bisschen eine visionäre Sache auf diesen, visionärer Blick auf diese Sache und als Antwort. Ich glaube, die Hohen See wird immer gesehen, dass sie niemandem gehört. Und ich glaube, wir müssen dazu übergehen, dass sie uns allen gehört. Und das bedeutet auch, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und aktuell ist die Herangehensweise so, dass auf der Hohen See und das Rechtsregime geht zurück auf das 17. Jahrhundert. Alles erlaubt ist, was nicht explizit verboten ist. Das heißt, wir haben sektorale Instrumente, die unter bestimmten Voraussetzungen die Fischerei regulieren können. Wir haben bestimmte Instrumente, die unter bestimmten Voraussetzungen die Schifffahrt regulieren können, die Schutzgebiete einrichten können. Aber was wir letztendlich brauchen, ist eine Sichtweise auf die Meere, dass letztendlich alles, was nicht explizit erlaubt ist, verboten bleibt. Und das ist, glaube ich, ein kompletter Shift in der Herangehensweise und ein Paradigmenwechsel, den wir, glaube ich, ganz dringend brauchen. Und all das, was Sebastian Unger ausgeführt hat, über die sektoralen Ansätze der Meeresgovernance, die wir zurzeit haben, die Unfähigkeit dieser Instrumente, und das zeigt die aktuelle Situation, die Unfähigkeit dieser Instrumente, Meeresschutz tatsächlich zu gewährleisten, das müssen wir ganz dringend auflösen. Vielen Dank. Wir kommen damit in die zweite Fragerunde und Herr Schulze eröffnet Sie für die Union mit einer Frage an Herrn Genrich. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Auch meinerseits Dankeschön für die Eingangsstatements der Sachverständigen. Meine Frage ist zweigeteilt. Wir haben ja seit dem 1.1.2017 die Unterschiedstellung des Rossmeeres. Hier hat ja Deutschland auch eine wichtige Rolle gespielt. Kann man nach zwei Jahren in Sachen Vollzug schon Informationen geben? Wird es kontrolliert? Gibt es irgendwelche, ich sage mal, markante Ereignisse, die dem Schutzzweck entgegenstehen? Und die zweite Frage dahingehend, das ist also nicht so gut gelaufen mit dem Wettelmeer. Wir hatten ja einen fraktionsübergreifenden Antrag noch beschlossen. Leider ist das ja gescheitert, wie das erst schon erläutert wurde. Sehen Sie Chancen, dass wir in absehbarer Zukunft das Thema noch mal aufrufen können und hier vielleicht doch einen Erfolg erzielen? Danke. Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für diese Frage, die den Querbezug zu einem anderen Management oder einer anderen Kommission herstellt. die auch schon Schrittmacher ist, was Meeresschutzgebiete zum Beispiel angeht, nämlich die von Ihnen erwähnte Kammler, die Konvention zum Schutz der lebenden Meeresschätze in antarktischen Gewässern. Und ich war selber bei der letzten Jahrestagung Anfang November dort zugegen. Beide von Ihnen angesprochenen Punkte sind nicht so verlaufen, wie die Europäische Union und auch Deutschland sich das in Ihren Forderungen vorgestellt hat. Das Rossmeer, ja, es ist verabschiedet. Der Rahmen ist da, aber es geht insbesondere um die Ausfüllung des sogenannten Management Plans und auch des Überwachungsplans der sogenannten Research and Monitoring Plan, also wissenschaftsbasierte Nachhaltung, ob die Schutzziele auch erreicht werden, die für das Rossmeer vereinbart worden sind. Und diese Ausfüllung ist abhängig von freiwilliger Unterlegung durch Wissenschaftler aus den verschiedenen Konventionsstaaten. Und die Amerikaner, die zusammen mit Neuseeland dieses Übereinkommen damals initiiert hatten und auch vorgelegt hatten, das dann angenommen wurde in Kammler, hatten dazu auf der diesjährigen Tagung einen konkreten Vorschlag für diesen Management Plan vorgelegt. Er ist im Wesentlichen, das darf man glaube ich sagen, das wurde auch in den Medien breit berichtet, an den Widerständen zweier Delegationen gescheitert, vor allem Russlands und Chinas. Eine ähnliche grundsätzliche Skepsis, vor allem in dieser beiden Delegationen gab es auch gegenüber den weiteren Schutzvorschlägen, darunter das von Ihnen erwähnte Wedellmeer, was maßgeblich von Deutschland erarbeitet wurde, der Management Plan dafür und als EU-Vorschlag seit zwei Jahren dort auf dem Tisch liegt und dort auch weiterbleiben soll. Und das stellt einen unmittelbaren Querbezug her, auch zu dem, über das wir gerade gesprochen haben, nämlich die Hochseeverhandlungen, BB&J. Denn beide Staaten, Russland hat auch ausdrücklich Bezug genommen auf diesen Querbezug und hat gesagt, wir sind nicht überzeugt von dem Ansatz Meeresschutzgebiete. Und wir sind auch nicht überzeugt, dass in der vorliegenden Form das, was Kammler schon beschlossen hat, mit Russland zusammen und mit China, diese Research- und Monitoring-Pläne wirklich in der jetzigen Form zielführend sind. Ich würde sagen, es ist schwer auszumachen, was dahinter Taktik, was Politik ist und was fachliche Bedenken sind. Wenn man die Sache von den fachlichen Bedenken angeht, dann deutet das darauf hin, dass es wichtig ist, alle Staaten mitzunehmen, ihnen auch Kontrolle zu ermöglichen, gerade wenn man solche großen Meeresschutzgebiete einrichten will, die alles integrieren sollen oder nicht integrieren, sondern die verschiedenen Akteure zusammenführen sollen. Und das ist etwas, wo wir einerseits die Ambitionen, glaube ich, weiter, gerade weil Kammler eine Vorreiter und in einem sehr sensiblen Ökosystem operiert, eine Vorreiterfunktion hat, die wir auch in der EU als Modell benutzt haben für das Konzept der Meeresschutzgebiete, das Ambitionsniveau weiter hochzuhalten, aber gleichzeitig auch darüber nachzudenken, wie wir en detail sehr, wie es funktionieren kann. Herr Unge hat ja schon gesagt, das ist herausfordernd. Sie müssen verschiedene Akteure mit zusammenführen, sogar vorher zusammenführen. Kammler ist immerhin eine monosektorale oder eine bisektorale Organisation, Naturschutz und Fischerei. In New York, BB&J, wollen wir möglichst alle Sektoren über das Instrument Meeresschutzgebiete zusammenführen. Das ist anspruchsvoll und deswegen, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, müssen wir auch beobachten, was in diesen sektoralen Organisationen vor sich geht und was wir dort hören von Staaten, die offensichtlich Bedenken haben gegen diesen Ansatz oder die zumindest stark beteiligt und Kontrolle haben möchten, wenn wir solche umfassenden Schutzansätze ins Werk setzen. Vielen Dank, Herr Genrich. Die nächste Frage geht auch an Sie von Herrn Thews für die SPD. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Thema war ja gerade schon der Eintrag von Müll, insbesondere Plastikmüll in die Weltmeere. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir den Eintrag über die Flüsse, die Küstengebiete auf alle Fälle stoppen und ich glaube auch, dass Recycling die einzige Lösung ist, weil wenn man mal sieht, was sie zurzeit machen bzw. auch deponieren, dann ist Verbrennung sicherlich auch aus finanziellen Gründen oft gar keine Alternative. Meine Frage zielte aber eigentlich auf die Erfahrung, die wir hier auch, waren ja viele mit dabei, auch bei internationalen Konferenzen gemacht haben. Wir waren auf der Oceans Conference 2017 in New York und da gab es ja auch eine ganze Reihe von freiwilligen Vereinbarungen. Wir haben ja gerade gehört, wie schwer das ist, internationale Abkommen dann auch wirklich zu schließen. Insofern wäre meine Frage, gibt es da eigentlich mal so ein Monitoring, was die freiwilligen Vereinbarungen, die dort viele Länder ja auch getroffen haben, auch Deutschland, was sie jetzt wirklich gebracht haben? Gibt es da irgendeinen Überblick oder so? Also da, wo man eben auch noch keine internationalen Vereinbarungen hat und die Meeresvermeldung wird ja eben insbesondere auch durch den internationalen Schiffsverkehr vorgenommen. Also wenn man sich mal ansieht, was für Regeln es da gibt, dann sind das herzlich wenige. Herr Mack hat das ja gerade mal angesprochen. Das heißt, ich kann mich noch erinnern, es gab zwei Abfallschlüsselnummern. Eins geht unter, eins schwimmt oben. Da sieht man schon mal, dass das auch, sage ich mal, da natürlich einiges möglich ist, auch bei der Entsorgung quasi von Müll auf den Weltmeeren. Auch die Pischerei spielt da eine Rolle. Da frage ich mich natürlich, wie kann da überhaupt wirksam eine Kontrolle durchgeführt werden? Das geht ja eigentlich nur über die Häfen, so nach dem Motto, wenn ich keinen Müll mitbringe, dann habe ich ihn auf dem Meer entsorgt und dann habe ich den Nachweis schon geführt. Aber dafür brauchen wir dann eben ja auch eine internationale Kontrolle und auch einen Abgleich der Daten überhaupt. Also wie gesagt, was ist aus den freiwilligen Vereinbarungen geworden? Gibt es da schon erste Erfahrungen? Und wie wirksam sind solche freiwilligen Vereinbarungen? Vielen Dank. Die erste Frage bezieht sich im Wesentlichen auf die Umsetzung, die praktische Umsetzung, politische Umsetzung des SDG-14-Ziels oder der Unterziele. Es sind ja verschiedene Ziele. Herr Unger hat darüber auch schon gesprochen. Sie haben gerade erwähnt, es gab eine erstmalige hochrangige Meereskonferenz der Vereinten Nationen 2016, die im Ergebnis drei Dinge angestoßen hat. Erstmal einen sogenannten Call for Action, also einen Aufruf, jetzt wirklich diese Ziele, die ja auch Fristen gebunden sind, anzugehen, aber nicht dabei stehen zu bleiben, sondern gerade über das Instrument freiwilliger, das geht auch über die Staaten hinaus zivilgesellschaftlich freiwillige Commitments zu leisten und auch Dialogformate für bestimmte Sektoren einzurichten. Und es haben sich beim Ausgang der Konferenz mittlerweile zwei Staaten bereit erklärt, dieses Konferenzformat fortzuführen. Das soll in diesem Jahr passieren. Das sind Portugal und Kenia. Wir stehen da erst am Anfang der Ausarbeitung der genauen Zielrichtungen. Ich glaube, das Ziel der EU wird sein, dass das ein sehr zentraler Punkt wird, das, was Sie angesprochen haben, dass wir uns genau ansehen, was ist mit den vielen, es waren ja mehrere hundert Voluntary Commitments, die eingereicht worden sind, was ist da eigentlich konkret draus geworden und diese politische Steuerung sicherzustellen. Das ist ein Instrument, wirklich von ganz oben aus der Vogelperspektive politisch zu schauen, wie läuft das, wo müssen wir nachsteuern, welche Instrumente sind auch sinnvoll. Ich würde aber nicht so weit gehen und sagen, das eine ist besser als das andere. Ich glaube auch selbst im BVNJ-Rahmen, dass auch das wird in gewisser Weise diese Konvention eine Rahmenkonvention sein, die auch die, die etwas machen wollen, die Ressourcen haben, auch dazu animiert, speziell an dem Thema Schutz der Hohen See und Tiefseeboden einen politischen Bezugsrahmen zu haben. Nicht nur einen verbindlichen Vorgaben, sondern Mechanismus, in dem Sie das auch ausführen können. Bestes Beispiel Kooperationsplattformen, die es so bisher nicht gibt für diesen spezifischen Bereich. Und Ihr zweiter Fall zum Plastikmüll kann ich wenig ergänzen zu der Schilderung der Situation, die Sie selber schon vorgenommen haben. Das ist aus der völkerrechtlichen Perspektive ein sehr schwieriges, regulatives Thema für Regulation, weil es gilt natürlich das so berühmte Verursacherprinzip, wenn Sie sich die Abbauprozesse von Plastikpartikeln ansehen, die letztlich in den Ozeanen und im Meer sich wiederfinden. Dann sehen Sie, das sind sehr lange Prozesse. Sie haben gerade selber gesagt, der Eintrag kann aus sehr, sehr unterschiedlichen Quellen kommen. Auch die Partikel selber sind sehr, sehr unterschiedlich. Was wir bisher haben, der Stand ist sehr rudimentär, würde ich sagen, völkerrechtlich. Wir haben bei Überbordbringen von Plastikmüll von Schiffen. Nach meinem Wissen haben wir ein Protokoll zur Marpol, also der Konvention, die sich mit Schiffsverschmutzung auseinandersetzt. Wir haben verschiedene Diskussionsansätze. Ob die zu Regelungen führen, wird man sehen, verbindlichen unter sektoralen Instrumenten. Aber das ist der Status quo im Moment. Und hinzu kommt, dass das eine im Wesentlichen landbasierte Verschmutzungsquelle ist. Auch das ist, insofern ist die Konvention modern, in einem eigenen Absatz vorgesehen in der Seerechtskonvention. Und dort wird abgestellt, dass die Vertragsstaaten selber national Gesetze machen müssen, sich möglichst regional verständigen müssen. Da kommen wir vor allem zum besonderen Küstenschutz. Aber es ist auch dort gesagt, dass sie zu einer internationalen Konferenz zusammentreten können und versuchen können, das Thema sogar völkerrechtlich bindend zu regulieren. Dankeschön. Und die nächste Frage geht auch an Sie, Herr Genrich. Herr Wildberg von der AfD, bitte. Ja, Herr Genrich, Sie haben ja schon gerade aufgrund der vorhergehenden Frage einiges ausgeführt, was die Durchsetzung dieser Schutzmaßnahmen und Kontrolle dieser Schutzmaßnahmen anbelangt. Zu unserem Bedauern ist der Schutz unserer Meere im Moment noch sehr stiefmütterlich und in einem unerträglich kleinen Zustand. Und wir sind der Meinung, dass wir den Schutz unserer Meere auch jenseits von nationalen und wirtschaftlichen Interessen durchsetzen müssen. Das ist letztlich auch eine globale Überlebensfrage. Ich bin jetzt mal optimistisch und nehme mal an, dass trotz zersplitterter Zuständigkeiten, die ja der Herr Unger zum Beispiel auch schon ausgeführt hat, sich in absehbarer Zeit auch mal eine Einigung der Schutzmaßnahmen ergeben könnte. Dann ist es natürlich ganz wichtig, bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen auch zu berücksichtigen, dass diese Maßnahmen auch eingehalten werden. Und ich hätte ganz gerne mal Ihre Vorstellungen in Erfahrung gebracht, die Sie haben, wenn es um die Kontrolle dieser Schutzmaßnahmen oder Sanktionierung bei Verstößen gegen diese Schutzmaßnahmen, wenn es darum geht. Und da wäre natürlich neben dem guten Willen, alles die Meere zu schützen, ist das natürlich ein essentieller Bestandteil, dass man dann diese Schutzmaßnahmen auch wirksam und plausibel durchsetzen muss. Und da hätte ich gerne noch mal von Ihnen gehört, welche Instrumente Ihnen da so vorschweben. Vielen Dank für diese Frage. Sie sprechen einen sehr wichtigen Bestandteil unseres Verhandlungspakets an, nämlich die Frage, dass wir nicht nur neue Mechanismen oder auch Vorgaben verhandeln, sondern auch dafür Sorge tragen, dass diese letztlich angewendet werden und ihre Ziele erreichen. Auf Neudeutsch sogenannte Compliance. Ich will das ganz, ganz kurz im Schnelldurchlauf durch die Paketbereiche abhandeln. Ich glaube, bei den Meeresschutzmaßnahmen ist das Modell, was die EU vorgelegt hat, moduliert an dem, was wir zum Beispiel aus Kammler kennen, dass wir Managementpläne haben, die klare Ziele und Maßnahmen vorgeben und dass das flankiert wird durch wissenschaftliche Begleitung, sogenannte Research and Monitoring Pläne und dass die Vertragsstaatenkonferenz regelmäßig nachhält mit wissenschaftlicher Unterstützung durch ein Gremium oder durch ad hoc wissenschaftliche Beratungsfunktionen, ob diese Ziele auch erreicht sind und auch nachsteuern kann. Und das dann auch weitergibt in dem Fall, wo sektorale Akteure wie die Internationale Schifffahrtsorganisation oder regionale Fischereimanagementorganisation betroffen sind und diesen Impuls weitersendet. Rechtlich, völkerrechtlich können Sie aber diese Organisation nicht direkt verpflichten, sondern der Ansatz ist, dass Sie das durch die parallele Mitgliedschaft, nehmen Sie Deutschland, wir wären Mitglied in einer BB&J-Kommission, sind gleichzeitig Vertragsstaat in der Internationalen Schifffahrtsorganisation, sich zusammen einsetzt, auch als EU einsetzt, dass diese Dinge dort auch Delegates umgesetzt werden. Im Bereich Marine-Gen-Ressourcen, da geht es für uns vor allem darum, dass die Grundlagenforschung zu Marien-Gen-Ressourcen auf der Hohen See und zum Tiefseeboden der Informationsaustausch und der Wissensaustausch befördert wird. Das sind bisher sehr freiwillige Mechanismen. Und letztlich führt das hin zu der Beantwortung, Sie müssen das nicht immer mit, Sie haben das Stichwort Sanktionen erwähnt. Ich glaube, ein wichtiger Ansatz heutzutage ist auch, dass Sie einfach Transparenz herstellen und dass jeder nachlesen kann. Und damit ist wirklich jeder gemeint, inklusive der Zivilgesellschaft, aber auch der interessierten Vertragsstaaten. Was ist wirklich passiert? Welche Informationen werden geteilt? Und das wäre auch der Ansatz für den dritten Paketbereich, Umweltverträglichkeitsprüfung. Es reicht nicht, dass wir nur die Kriterien und die Schwellenwerte weiter ausdiskutieren und sagen, so muss es ablaufen, sondern das ist auch eine Forderung der EU, die auch maßgeblich durch Deutschland mit vorgetragen wurde, dass wir auch sehen, dass diese Berichte transparent der Weltöffentlichkeit gezeigt werden. Was ist da rausgekommen bei der Umweltverträglichkeitsprüfung? Und auch wenn wir nicht völkerrechtlich vorgeben können, so und so wird es durch den jeweiligen Vertragsstaat letztlich die Konsequenz gezogen und umgesetzt, sehen können doch, was passiert damit. Das meine ich damit mit dieser politischen Beobachtungsfunktion. Und dazu brauchen Sie auch Mechanismen, um diese Transparenz herzustellen. Die haben wir bisher nicht. Und die Hoffnung der europäischen Staaten ist, dass wir deswegen auch diese Mechanismen über das Übereinkommen ganz ungeachtet, wo wir letztlich am Ende dieses Prozesses mit dem Ambitionsniveau landen, dass wir diese Mechanismen einrichten. Und alles andere zur Compliance kann ich Ihnen zum gegenwärtigen Standort Detail nicht erläutern, weil ich habe das eingangs bereits erwähnt. Wir müssen uns erst mal einigen in New York über die wirklichen Kernfunktionen und wo wir letztlich für alle vertretbar, auf welchem Niveau wir dort landen. Und dann werden wir uns unterhalten, wie wir letztlich diese Ziele des Übereinkommens auch mit vernünftigem und modernen Compliance unterlegen. Und wenn Sie auf den, als letzte Bemerkung, wenn Sie auf das moderne Klimavölkerrecht schauen, nicht alles an Compliance muss immer völkerrechtlich verbindlich sein. Vieles ist einfach der Prozess und die Transparenz, dass Sie sehen, Staaten berichten und jeder kann nachhalten, was passiert wirklich. Vielen Dank. Frau Skodelnie fragt Herrn Ludden. Bitte. Vielen Dank. Wir haben ja vorhin gehört, dass genau der Schutz der Meere an Land beginnt und das so ein Schnittstellenpunkt ist. Da würde mich noch mal ein bisschen konkreter, als Sie es bis jetzt haben, interessieren, wo denn die strukturellen Unterschiede und Hindernisse sind. Sie haben gesagt, es ist nicht wirtschaftlich, dort eine Anlage hinzubauen. Das ist es auch in Europa nicht. Warum haben wir Recyclinganlagen und Kreislaufwirtschaft? Wo sind die Hindernisse, die strukturellen Rahmenbedingungen, Hindernisse in den gerade, ich sage es jetzt noch mal spezifisch, asiatischen Räume, aber auch andere Länder, dass die dort nicht implementiert werden. Dabei geht es mir insbesondere, das hatten Sie mal außerhalb von hier gesagt, noch mal um die Frage Sammlung und Sortierung. Wer trägt dort die Kosten? Was müssen wir vielleicht an Rahmenbedingungen bieten, dass es sich auch in diesen Ländern einfach lohnt, seinen Müll, seinen Hausmüll im Wesentlichen, nicht einfach in Flüsse und Meere zu verbringen, sondern tatsächlich, dass dieser in irgendeiner Form einer Wiederverwertung zugeführt wird. Zumindest aber mal nicht der Entsorgung in den Meeren. Was müssten da an Rahmenbedingungen, auf welche Hindernisse stoßen Sie, welche Probleme sehen Sie und was müssen wir als Mindestrahmenbedingungen haben, damit wir dort eben geschlossene Systeme implementieren können zum Schutz der Meere? Danke für die Frage. Um da noch mal die Ausführung von vorhin weiterzugehen. Ich bin bestimmt jetzt 15 Mal in China gewesen. Und ich habe dort einen Partner gefunden, die sehr interessiert sind, eine große Anlage zu bauen. Dann ging es darum, was machen wir da? Organische Behandlung, also auch den Organikanteil. Und im Endeffekt kann man aus Hausmüll, was jetzt den Organikanteil angeht, kann ich keinen ordentlichen Kompost herstellen. Ordentlich heißt, Güte gesichert. Es kann halt theoretisch eine Quecksilberbatterie im Hausmüll sein und damit ist theoretisch auch dieses Stabilat, was ich dort erzeuge, ist theoretisch kontaminiert. Und über diesen theoretischen Fall kriegen Sie dort nur ein Stabilat und dann haben Sie kein Produkt. Und wenn Sie kein Produkt haben, können Sie nichts machen. Und das ist der eine Punkt. Also Organik funktioniert schon mal nicht, wenn Sie nicht getrennt sammeln. Also wäre zum Beispiel in China, also in China ist der Anteil der Organik ist 50 Prozent und mehr. Eine getrennte Sammlung für Organik einzuführen, führt dazu, dass ich sauberes Inputmaterial habe. Dann mache ich sauberen Kompost. Sie können chemische, also Kunstdünger können Sie substituieren. Und das ist ein großer Ansatz und Sie haben schon, wir reden über 50 Prozent des Hausmüllanteils. Dann gibt es Themen Kunststoffe, wo wir bei den Ozeanen von sprechen. Dort gibt es teilweise informelle Sektoren, die, was in der Sammlung relativ gut funktioniert, wenn es um, wie gesagt, diese Wertstoffanteile gibt. Die Dinge, die sich dort nicht rechnen, die bleiben liegen und werden nicht genommen. Wenn man dann spricht, was muss man tun, was müssen die Regierungen tun in diesen Ländern? Dann gibt es Untersuchungen der Weltbank, die sagen, man kann 0,5 bis 0,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Abfallwirtschaft einsetzen. Wenn Sie das in Deutschland rechnen, dann kommt da ein Betrag zusammen. Damit geht das einigermaßen. Wenn wir da aber über Entwicklungsländer reden und 0,5 bis 0,8 Prozent, da kommt da ein Betrag zusammen, da können Sie einfach nichts mit machen. Das heißt, an der Stelle muss international unterstützt werden, weil sonst kriegen Sie diese Reststoffe nicht behandelt und Sie kriegen sie auch nicht erfasst. Dann gibt es Themen im Bereich Ersatzbrennstoffe. Wenn Sie die Wertstoffe rausnehmen und da was mit machen, selbst wenn das dann irgendwie funktioniert, dann bleibt eben auch ein Bereich, der zum Beispiel in Zementindustrie als Ersatzbrennstoff eingesetzt werden kann. Das sind genau Themen, das muss qualitätsgesichert sein. Und da an der Stelle muss man auch eingreifen, da muss man Lösungen finden und da muss man insgesamt brauchen wir Geld, die in die Abfallwirtschaft reingeht. Die Weltbank sagt, dass, wenn ich von 100 Prozent Hausmüll spreche, dass es ein Leck oder ein Gap gibt von circa 30 bis 35 Prozent der Kosten, wenn ich auf zehn Jahre schaue. Das heißt, was heutzutage in der Förderung passiert ist, dass man sagt, wir unterstützen die Investitionen, also das Land, die Maschinen, das Gebäude, da kann man verbilligte Darlehen bekommen. Aber wenn dann die zehn Jahre Betrieb sich immer noch nicht rechnet, dann kriegen Sie die Industrie und die Wirtschaft nicht dort zu, dort zu investieren. Und dann ist die einzige Möglichkeit, die bleibt, ist, dass eine Kommune, dass die investiert. Und die Kommune tut sich in diesen Ländern schwer, dort solche Projekte aufzusetzen. Man weiß vorher, dass man dort zehn Jahre oder 15 Jahre lang Geld reingeben muss. Man weiß nicht, wo das Geld herkommt. Dann werden Anlagen gebaut, die werden nicht ordentlich betrieben, die funktionieren dann auch nicht richtig. Dann schaut man dort, was passiert. Dann hat man eine Anlage gebaut. Die ist vielleicht sogar gefördert worden, aber nach fünf Jahren ist die halt einfach nicht gut, weil sie nicht ordentlich betrieben wird, weil dieser Betrieb Geld kostet. Und an der Stelle glaube ich, dass man dort wirklich über Unterstützung, und zwar in Form von Geld, kann man sehr schnell sehr viel erreichen. Und das ist, glaube ich, auch der Ansatz, den man hier mit berücksichtigen muss. Wenn wir über Schutz der Weltmeere sprechen, dann glaube ich, dass man mit Abfallwirtschaft sehr schnell in der Lage ist, sehr viel zu machen. Der geht dann auf den Eintrag der Kunststoffe. Und ich habe mir das mal nachgeschaut. Es gibt zehn oder die zehn größten Einträge von Kunststoff in die Weltmeere liegen in Südostasien und in Afrika. Das sind die zehn eintragsstärksten Flusssysteme. Und wir müssen also, in Deutschland können wir was machen, aber wir müssen sehen, dass wir in Südostasien dort die Abfallwirtschaft an Land stärken. Und zwar genau in diesem Fall, weil wir dann sehr schnell was erreichen können. Das ist der Vorteil, den wir da haben. Dankeschön. Die nächste Frage geht an Herrn Unger und kommt von Herrn Lenkert für Die Linke. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Unger, Sie führten vorhin aus, dass das internationale Seerechtsübereinkommen von vor 40 Jahren bereits doch relativ gute Regeln hat, zum Beispiel bei Förderung von Rohstoffen aus der Tiefsee. Jetzt ist es natürlich so, dass wir leider feststellen müssen, dass immer dann, wenn etwas nicht erreichbar ist, ein Abkommen relativ leicht zu schließen ist. Und wir bedauern als Linke außerordentlich, dass das Vorsorgeprinzip immer dann über Bord geworfen wird, wenn wirtschaftliche Interessen dem entgegenstehen. Und dann wird sofort auf das Wissenschaftsbasierte umgestellt. Die Debatte hatten wir vorhin zu einem anderen Thema. Deswegen die Frage an Sie, an welchen Stellen sehen Sie den größten Forschungsbedarf, damit wir jetzt schon im Prinzip die wissenschaftsbasierte Argumentation führen können, für den Fall, dass wirtschaftliche Interessen das Vorsorgeprinzip über Bord werfen wollen. Die erste Frage. Die zweite Frage. Wie bewerten Sie eigentlich die Verhandlungen, die Haltung von China und von Russland, inwieweit sind die auch abhängig von der Gesamtsituation im internationalen Maßstab, sprich von den Spannungen, also inwieweit schlagen aus Ihrer Sicht Sanktionen gegen Russland, Handelskrieg zwischen USA und China auf die internationalen Governmentsverhandlungen zum Meeresschutz durch? Und diese Frage, wenn Sie noch eine halbe Minute Zeit lassen würden, würde ich auch gerne an Herrn Genrik stellen. Vielen Dank, Herr Lenkert, für diese Frage. Ich würde vielleicht auf zwei Teilbereiche hier antworten wollen. Zum einen erst mal mit Blick auf den möglicherweise startenden Tiefseebergbau. Und hier haben Sie natürlich völlig recht. Und das steht ja auch zum Glück im Seerechtsübereinkommen drin. Das Vorsorgeprinzip ist natürlich in Situationen, wo wir eben nicht genug Wissen haben, erst mal anzuwenden. Und hier sagt natürlich das Wissen, was wir haben, erst mal einen klaren Hinweis, dass diese Aktivitäten einen starken Schaden anrichten würden und im Grunde genommen nicht vertretbar sind. Das Ding ist jetzt, mit der Zeit wächst unser Wissen und es wird also gerade im Moment sehr viel publiziert. Also wir haben einen wirklich rapide wachsenden Körper an wissenschaftlicher Literatur dazu, der aber in die gleiche Richtung zeigt. Es gibt also wenig Hinweise darauf, dass sich diese sehr, sehr empfindlichen Meeresgebiete wieder erholen. Ideen, die man vielleicht von Land hat, dass sich da dann irgendwie so eine Art Renaturierung nach vielen Jahren entwickelt. Das ist so nicht festzustellen. Es gibt Beispiele, die sind sehr plastisch. Deutsche Meeresforscher haben vor 30 Jahren etwa ein Gebiet im Pazifik mit einer Art, muss man sich vorstellen, Ackerflug umgepflügt. Und man ist jetzt 30 Jahre, also eine Generation später wieder vor Ort gewesen und sieht, dass sich eigentlich nichts verändert hat. Also diese Idee, es erholt sich irgendwann wieder, das ist nicht sehr realistisch. Und dieses, sage ich mal, zunehmende Wissen zeigt eigentlich eher, wie wenig wir verstehen. Also je mehr man anfängt zu untersuchen, desto mehr erkennen wir doch, es ist eben nicht dieser Lebensraum, der gleichförmig und monoton ist und irgendwie weit weg, sondern hochgradig, divers, ganz faszinierend, unglaublich empfindlich. Und bevor also hier so eine Aktivität gestartet wird, die möglicherweise eben ganz starke Schädigungen hervorruft, sollte man nochmal wirklich auf die Bremse treten und sagen, Initiativen wie jetzt die UN-Dekade für Nachhaltigkeit, für Wissenschaft, Meereswissenschaft für Nachhaltigkeit, die von 2021 bis 2030 laufen soll und von der UN angestoßen würde. Deutschland übernimmt hier übrigens eine ganz starke Rolle, indem hier die erste Vorbereitungskonferenz organisiert wird. Also die Meereswissenschaft ist wirklich hier stark gefordert und muss unterstützt werden, dieses notwendige Wissen zu erlangen. Vielleicht auf Ihre zweite Frage, China, Russland, also selbst bin ich bei den UN-Verhandlungen von Anfang an mit dabei gewesen, seit über zehn Jahren und die Positionen meines Erachtens haben sich in Bezug auf diese Länder nicht besonders stark verändert. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das, sage ich mal, an Konjunkturen der internationalen Politik liegt, sondern auch vielmehr beispielsweise mit Blick auf China. Mit Blick auf Russland generell, wir sehen das auch bei Kamela, eine Zurückhaltung, was solche Konzepte angeht, wie Meeresschutzgebiete und so weiter. Mit diesen Ländern ist es sehr wichtig, jetzt in den Dialog zu treten und gemeinsam auch Lösungen zu finden, weil das ist eben am Ende des Tages wichtig, dass wir möglichst viele Staaten in dieses Abkommen reinziehen. Also ein ganz starkes Abkommen ohne zentrale Akteure ist natürlich auch ein schwaches Abkommen. Und das ist natürlich jetzt im weiterlaufenden Verhandlungsprozess außerordentlich wichtig. Erlauben Sie mir vielleicht noch mal ganz kurz einen Blick, weil Sie auf diese geopolitischen Fragen Bezug genommen haben. China ist ja dabei, auch mit einer Art Seidenstraße für die Meere, wirklich die Ozeane als wirklich Raum zu entdecken für die weitere Politikgestaltung auf internationaler Ebene. Und gerade hier bedarf es auch einer wirklich strategischen Antwort Deutschlands, nicht nur in Bezug auf China, sondern insgesamt, wie die Ozeane in Zukunft zu verwalten sind. Das ist ein Thema, wir sehen es bei G7, bei G20 in Davos. Es steht ganz oben auf der Agenda und wir müssen hier in Deutschland auch Antworten finden, die unsere gesamte Politik in diesem Bereich stärker zusammenbringt und nach unseren strategischen Interessen ausrichtet. Dankeschön. Und die letzte Frage kommt von Frau Lemke für die Grünen und geht entweder und an Herrn Mark und Herrn Unger. Ich hatte es gar nicht aufgeschrieben für die zweite Runde, an wen ich mich richten möchte. Sorry. Aber da Sie zum Tiefseebergbau jetzt schon geantwortet haben, würde ich mich gerne an Herrn Mark wenden und an Herrn Genrich. An Herrn Mark ganz kurz. Wie beurteilen Sie den Vorschlag vom ISS für eine Ozeanstrategie? Das ist ja eine der Kernforderungen, die Herr Unger hier reingestellt hat. Was sagt Greenpeace bzw. die High Sea Alliance dazu? Und an Herrn Genrich meine Frage. Fühlen Sie sich denn eigentlich innerhalb der Bundesregierung gut aufgestellt für diesen extrem komplexen Verhandlungsprozess? Wie sieht es mit der Zersplitterung der Zuständigkeiten innerhalb der Bundesregierung aus? Wäre es für Sie hilfreich, wenn es kein Vertragsverletzungsverfahren bezüglich der Verletzungen der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie gegen Deutschland auf EU-Ebene geben würde? Wäre das hilfreich, wenn man diesen Hemmschuh, dass wir hier unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, wegnehmen würde? Und wie stehen Sie zu dem Vorschlag einer deutschen Ozeanstrategie? Das knüpft an die Zuständigkeiten an. Könnte man da was bündeln? Wäre da bessere Verhandlungspositionen mit erreichbar? Vielen Dank für die spannende Frage. Vielfach wird dieser BB&J-Prozess verglichen mit dem Paris-Abkommen für die Meere, analog zu dem Pariser Klimaabkommen. Ich glaube, ganz sicher sagen zu können, dass das Pariser Klimaabkommen nur zustande gekommen ist wegen treibender Kräfte, wegen Akteuren, die das wirklich wollten. Das heißt, auf die konkrete Frage braucht Deutschland eine Meeresstrategie, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und aus unserer Sicht ist es absolut wünschenswert, dass Deutschland eine Führungsrolle einnimmt in der EU, in der Entscheidungsfindung in der EU, um tatsächlich mit den möglichst progressiven Positionen in die Verhandlungen für diese BB&J reinzugehen. Großer Knackpunkt für Greenpeace, für die High Seas Alliance ist die universelle Teilnahme an diesem Prozess, während es offensichtlich so ist, dass vielfach noch gesehen wird, dass so viele Länder wie möglich und vor allen Dingen auch Schlüsselländer wie China oder Russland in diesem Prozess mit eingebunden werden sollen, landet man am Ende des Tages doch immer nur beim kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der ist nicht besonders groß, wenn man die Interessen vergleicht, die wir sehen, zum Beispiel auch von Island, auch von Norwegen, Russland und China in diesen Verhandlungen. Von daher ist aus unserer Sicht eigentlich der mögliche Weg einer Mehrheitsentscheidung zu verfolgen, wo tatsächlich gesagt wird, die Länder, die nicht teilnehmen wollen an diesem internationalen Prozess, die müssen damit leben, dass dieses Instrument, was entsteht, Schutzgebiete auf der Hohen See einrichtet, die verpflichtend umzusetzen sind. Und das setzt, glaube ich, so viel positiven Druck, dass diese Länder ein Interesse daran haben, hier auch tatsächlich in der Sandkiste mitzuspielen. Und noch mal zurück zur konkreten Frage. Wir sind ganz sehr der Meinung, dass Deutschland eine Mierestrategie braucht, die nicht nur den Bereich außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeiten betrifft, sondern auch die nationalen Gewässer. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Lemke, für Ihre an mich gerichtete Frage. Ich bin heute als Sachverständiger geladen, nicht in erster Linie als Vertreter eines Ressorts der Bundesregierung. Ich kann zu Ihrer Frage, fühle ich mich gut aufgehoben in diesem Verhandlungsprozess, Ihr Stichwort Zersplitterung, nur antworten. Ja, ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Es geht weniger um Zersplitterung, sondern es geht wirklich um Einbringung jeder bereichsspezifischen Expertise, die unsere Ressorts, und es sind viele, weil wir in fast allen Bereichen dieses großen Verhandlungspakets als Deutschland Interessen haben, von der Forschung, der Schifffahrt, der Fischerei, vor allen Dingen auch der Wissenschaft, die Meeresforschung, wir als Auswärtiges Amt auch von dem grundsätzlichen Erhalt und der Umsetzung der Effektierung der Seerichtskonvention sehr große Interessen haben. Und wir tun das, oder ich werde sehr gut bedient, muss ich sagen, durch die zuständigen Ressorts, die eben auch die entsprechende Fachexpertise haben. Der Gradmesser ist, ich habe es schon erwähnt, Sie können sich, es ist alles öffentlich gestellt, die sehr detaillierten Stellungnahmen der Europäischen Union im bisherigen Prozess einschließlich der Vorverhandlungen ansehen. Und Sie können das vergleichen mit den Zielsetzungen, die hier heute vorgetragen worden sind. Und Sie können, glaube ich, sehen, dass diese sehr ambitionierte, aber auch sehr detaillierte und der Versuch, das wirklich auch praktisch umsetzbar zu machen, dass das sich wirklich aus unserer Sicht sehr gut wiederfindet in der Linie, die die Europäische Union und die Mitgliedstaaten zurzeit in New York vertreten. Insoweit kann ich sagen, dass an diesem operativen Dossier diese Zusammenarbeit über verschiedene Experten, die aus den verschiedenen Ressorts kommen, sehr gut funktioniert. Also da bitte ich um Verständnis, dass ich dazu heute, das ist ja eine politische Frage und Bewertung, dazu nicht als Sachverständiger antworten möchte. Nur der Hinweis, dass wir ja auch strategische und auch eine integrierte Meerespolitik seit Jahren auch schon verfolgen auf der Ebene der Europäischen Union. Und aus Sachverständigen sich kann ich, würde ich sagen, dass, wenn so etwas angedacht wird, es auch sehr stark verzahnt werden muss mit diesen umfassenden meeresstrategischen Vorgaben, die wir auch als Deutschland mittragen auf der Europäischen Unionsebene. So, ganz herzlichen Dank allen Sachverständigen. Herr Genrich, Sie sind natürlich ganz bewusst als Sachverständiger aus dem Auswärtigen Amt eingeladen worden und so haben Sie ja auch geantwortet. Wir haben jetzt vier unterschiedliche Richtungen gehabt, aus denen sozusagen die Antworten kamen. Aber ich stelle fest, in der Zielrichtung und eigentlich auch in den Instrumenten, die als notwendig erachtet werden, ist nicht viel Dissens da. Das ist selten, wenn wir hier ein Fachgespräch oder eine Anhörung haben im Ausschuss und tut gut, weil es Hoffnung macht, dass man vielleicht an der Stelle doch auch mit vereinten Kräften was bewegen kann. Ich würde vielleicht zusammenfassend ein Zitat von Ihnen, Herr Mark, nehmen. Die Hohe See gehört allen. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen. Wir wissen aus dem Klimaschutzdiskurs, wie schwer das ist, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen bei Gütern, die allen oder eben auch niemandem gehören. Und ganz offensichtlich braucht es Beschleunigung. Es braucht Treiber. Da sehe ich die Bundesregierung angesprochen, natürlich auch ganz stark das Bundesumweltministerium, dessen Vertreter hier bei uns sitzt. Vielleicht mit einer deutschen Ozeanstrategie, mit der man das Ganze befeuern kann. Wenn der Umweltausschuss und das Fachgespräch heute dazu beigetragen hat, dem Thema ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und Druck zu machen, dann freut uns das, glaube ich, alle. Und ansonsten bleiben wir einfach dran. Für heute ganz herzlichen Dank meinen Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten für die Fragen und noch mal Ihnen Sachverständige für ihre kompetenten Antworten und einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.